Es klingt ein bisschen verrückt, aber wir mögen es auch, wirklich am Tag dann die und die Trainingseinheit geschafft zu haben oder die und die Zeit dann nochmal verbessert zu haben und dann abends im Bett zu liegen und gucken, oh, ich habe das geschafft und ich bin jetzt richtig müde. Hallo, herzlich willkommen und diesmal schaue ich in zwei Gesichter und das freut mich total. Es ist tatsächlich zum zweiten Mal erst, dass wir zwei Gäste gleichzeitig haben. Also es ist mal wieder etwas sehr Aufregendes hier passiert. Ja, und wer sind meine beiden Gäste? Ich würde sagen, ihr stellt euch selber vor, weil wir jetzt ganz viele weibliche Stimmen haben. Vielleicht kann man die dann ein bisschen besser auseinanderfriemeln. Wer möchte? Ja gut, ich fange an. Ich bin der ältere Zwilling, also genieße ich mal das Vorrecht. Ich bin Debbie Schöneborn, Langstreckenläuferin und freue mich, heute hier sein zu dürfen bei eurem Podcast. Genau, und ich bin die Zwillingsschwester, ich bin Rabea Schöneborn. Auch Langstreckenläuferin. Auch Läuferin, ganz viele Läuferinnen hier an einem Tisch. Es freut mich total, dass ihr beide hier seid. Wir reden heute ganz viel übers Laufen, über euren Werdegang, weil der ist super spannend, was ich so zumindest gelesen habe. Und ich hoffe, dass ich noch ganz viele Sachen heute erfahren werde, die ich noch nicht lesen konnte, weil so viele Sachen über euch noch nicht existieren im Internet. Und dementsprechend können wir so ganz, ganz viele neue Sachen erfahren. Und was ich aber gelesen habe, dass ihr aus einer super sportlichen Familie kommt, dass eure Eltern sich beim Handball kennengelernt haben. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich falsche Sachen erzähle. Also nehmt uns mal mit, in eure Kindheit, wie war die? Also unsere Familie an sich ist super, super sportlich. Wir sind mit allen möglichen Sportarten aufgewachsen. Unsere Eltern haben sich tatsächlich im Handball, in der Schul-AG, Handball-AG kennengelernt gehabt. Unser Opa ist Tennistrainer, wir waren eine Tennisfamilie eigentlich. Wir waren auch früher alle bei uns im Dorf, im Tennisverein und haben Rabea und ich auch tatsächlich uns im Tennis versucht, hätten da auch jede Förderung bekommen, die wir hätten haben wollen. Leider hatten wir nicht so wirklich viel Ballgefühl. Deswegen ist das was, was uns in unserer Jugend begleitet hat und was wir jetzt auch hin und wieder noch ganz gerne machen, wenn wir zu Hause sind, dass wir den Tennisschläger mal in die Hand nehmen. Aber wenn wir früher mal ein Turnier gewonnen haben, dann war es eher, weil wir zum Ball hingelaufen sind und irgendwie zurückgekriegt haben. Und wenn das Spiel dann lange genug gedauert hat, dass wir unsere Ausdauer unter Beweis stellen konnten, dann haben wir auch mal gewonnen. So in der Größenordnung. Ja, dann haben wir geturnt früher, sehr, sehr lange Zeit und haben dann irgendwann den Weg in den Ausdauersport gefunden gemerkt, da liegen doch unsere großen Stärken und sind dann im Alter von elf, glaube ich, zu den Schwimm- und Sportfreunden in Bonn, der größte Bonner Sportverein und haben dort dann mit dem Ausdauersport Schwimmen, Laufen angefangen und das langsam aufgebaut und sind dann zum Triathlon beziehungsweise modernen Fünfkampf gekommen. Moderner Fünfkampf würde ich als unsere erste große Sportliebe bezeichnen oder das war so der Punkt, wo wir dann wirklich Leistungssport gemacht haben und auf Wettkämpfe gefahren sind und genau, im Laufen sind wir noch relativ neu und jung, deswegen gibt es da vielleicht tatsächlich noch nicht so viele Infos im Internet. Das machen wir jetzt seit 2017 im Verein hier in Berlin. Genau, aber auch im Laufen gibt es schon Erfahrungen in unserer Familie. Unser Vater war nämlich tatsächlich auch Marathonläufer, ist den einen oder anderen Marathon gelaufen beziehungsweise hat auch Triathlon gemacht. Also er hat auch viele Sportarten ausprobiert und genau, unsere Mama hat auch Inliner Skating gemacht und ja, unsere große Schwester als großes Vorbild im modernen Fünfkampf. Also Sport war in unserer Familie immer ein wichtiges Thema. Genau, es war auch so ein bisschen Erziehung, das klar war von Anfang an, wir machen irgendwas an Sport. Ja, aber unsere Eltern sagen immer ganz gerne, sie haben uns zwar sportlich erzogen, aber verrückt geworden sind wir von alleine. Also wir mussten jetzt nicht Marathonläufer werden, die zweimal am Tag die Laufschuhe schnüren. Ich glaube, mein Papa hat mal gesagt, er möchte, dass wir zweimal die Woche irgendeinen Sport machen, der uns Spaß macht. Das ist so seine Grundvoraussetzung. Alles darüber hinaus freut er sich sozusagen und fördert er auch mit. Wir haben viel Förderung erfahren auch in Jugendjahren, aber da war nie irgendwie, also du musst ja Leistungssport machen. Gar nicht, nein. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du hast jetzt gerade einen unglaublichen Ritt gegeben, so von Kindheit bis jetzt. Lass uns da mal so ein bisschen das auftröseln. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen mal in eure jungen Jahren, also es war Tennis, ihr habt euch viel ausprobiert und du sagtest ja gerade schon, da hast du gemerkt, so die Ausdauer ist eure Stärke. Gab es da so einen Schlüsselmoment, dass ihr gemerkt habt, okay, es ist jetzt das, wenn es lange wird, dass wir dann gut werden? Also jetzt nicht so von vorne rein, sondern erst, wenn es sich zieht? Ja, da passt auch eigentlich wieder das Tennisspielen ganz gut als Beispiel, weil wenn so ein Turnier lang wurde und so ein Spiel, das kann ja mal, es kann eine Stunde oder es kann 45 Minuten gehen, das kann aber auch mal, wenn es sich so richtig zieht, auch mal drei Stunden gehen. Und die Spiele, die länger waren, da hatten wir dann immer den Vorteil, weil uns noch nicht die Puste ausgegangen ist und sind dann im Grunde über die Zeit dann besser geworden im Vergleich zu den anderen. Also da haben wir vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, Ausdauer können wir ganz gut und ja, das sind es auch genau. Wir haben auch ein paar Triathlons dann früher gemacht und schon gemerkt, ja, die Ausdauer, die liegt uns eigentlich. Ja, ich weiß auch noch zum Beispiel so Bundesjugendspieler hieß das bei uns, also in der Grundschule, so ein Sportfest, was man dritte, vierte Klasse auf jeden Fall, da durfte man 800 Meter dann laufen und da waren wir dann auch schon immer ganz gut vor mir dabei, obwohl wir da noch gar nicht dran gedacht hätten, irgendwie ein strukturiertes Lauftraining zu gehen, sondern es war einfach was, was uns, sag ich mal, nicht so viel ausgemacht hat wie vielleicht anderen und wir haben dann, ich glaube mal mit zehn Jahren oder so, das ist ganz witzig, unser Papa liebt Laufen und ist auch selber früher viel gelaufen, Rabea hat schon erzählt, dass er auch Marathon gemacht hat. Unsere Mama mag eigentlich Laufen gar nicht so gerne, sie hat es aber zwischendurch auch gemacht, weil es einfach so einfach ist, die Laufschuhe anzuziehen und dann bei uns zu Hause über einen Damm laufen zu gehen und da waren wir, glaube ich, so zehn, also da waren wir auch noch gar nicht im Triathlon- oder Fünfkampf, also irgendeinem Sport, der was mit Laufen zu tun gehabt hätte und sind dann ein paar Mal mit ihr bei uns am Rhein laufen gegangen und haben dann so einen Weihnachtslauf bei uns im Ort mitgemacht einmal. Da gab es so einen Schoko-Nikolaus zu gewinnen, den wollten wir gerne gehen. Ja, geil, natürlich, da will doch jeder mitlaufen. Und dann haben wir es tatsächlich als Familien-Event so einen zehn Kilometer Lauf gemacht, vielleicht zehn oder elf Jahre, glaube ich. Und ihr seid schon zehn Kilometer gelaufen. Ja, genau, das war das erste Mal, ich glaube, 52 Minuten. Also ihr seid bei eurem ersten zehn Kilometer Lauf mit zehn Jahren, schon 52 Minuten. Wir haben ja auch elf oder so, also in der Größe auch noch die Waldfee. Ja, doch, Rabea konnte zwischenzeitlich nicht mehr und dann hat Papa ein bisschen langsam gemacht und dann haben sie zu warten. Am Ende waren wir, glaube ich, zehn Sekunden oder so was auseinander. Nein, wir waren zwei Sekunden auseinander. Das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil wir vorher ausgemacht haben, wir laufen gemeinsam ins Ziel, wenn wir nicht ganz weit auseinander sind. Und genau, ich war zwischendrin ein bisschen platt, musste kurz Pause machen, habe das aber hinten raus wieder aufgeholt, war also im Grunde wieder an ihr dran und sie ist trotzdem zwei Sekunden. Ja, ich habe mich nicht umgedreht, also ich wusste ja nicht, dass sie dann wieder da ist. Sie wusste ganz genau, dass ich da bin. Und sie hat dann den Pokal bekommen und den Schoko-Nikolaus und ich nicht. Aber ist okay. Im Jahr danach haben wir dann zehn, der andere fünf Kilometer gemacht, dann haben wir beide im Pokal gekriegt. Achso, du hast auch gleich dann gewonnen, oder? Ja, in der Altersklasse. Also da sind nicht so viele andere gelaufen in unserem Alter. Ja gut, mit zehn Jahren hatte ich auch andere Sachen zu tun, als zehn Kilometern zu laufen. Also da war ich, da habe ich mit zehn Jahren gemacht, habe Volleyball gespielt oder so. Es hat tatsächlich dann auch noch eine Weile gedauert, bis wir wirklich, also dann im Verein zwölf oder sowas, dann wieder längere Läufe gemacht haben, haben wir dann auch erst eine Weile nicht, weil wir dann im Verein eingebunden waren. Und da hat man dann im Triathlon-Bereich eher halt die kürzeren Sachen gemacht. Aber das war sowas, das haben wir als Familien-Event tatsächlich, und da erinnere ich mich eigentlich noch ganz gut dran. Das war cool und hat Spaß gemacht, ja. Aber wie seid ihr denn, okay, dann sind wir jetzt so zwischen zehn und zwölf ungefähr bei euch beiden. Wie kamt ihr denn auf die Idee, dann Triathlon zu machen? Weil, gut, ihr seid jetzt auch noch mal einen Ticken jünger als ich, aber es ist jetzt nicht so die fancy, sexy Sportart, wenn man so jung ist, oder? Also dann ist es doch eher so Gruppensport oder Tanzen oder nicht? Genau, also wir kommen eigentlich, wir haben lange Zeit geturnt, haben so als kleine Mädchen fanden wir es auch ganz toll und haben sogar, ich glaube, wir haben mit Mutter-Kind-Turnen wirklich früh dann angefangen und haben das auch erst mal beibehalten. Und irgendwann sind wir aber fürs Turnen auch zu groß geworden, beziehungsweise wir hatten jetzt auch nie die Gelenkigkeit, die Flexibilität und haben dann irgendwann gesagt, okay, ja, wir hatten zwar Spaß daran, aber wir probieren jetzt nochmal eine andere Sportart aus. Und das war dann, dass wir zum Triathlon gekommen sind, war eigentlich dann dem geschuldet, dass das eigentlich eben dem Verein, also wir sind in Bonn zur Schule gegangen und haben uns dann in Bonn auch dem Sportverein angeschlossen. Und da war eigentlich das Konzept für Sport in der Jugend tatsächlich, dass man verschiedene Sportarten, die dort angeboten werden, ausprobiert, vor allem eben Schwimmen und Laufen. Und das konnte man dann eben ausbauen zum Triathlon oder zum Fünfkampf oder man konnte sich später entscheiden, okay, ich gehe jetzt zum reinen Schwimmen. Aber das war im Grunde für die Kinder im Verein erstmal das Konzept, ich kann denen alles reinschnuppern, auch sehr spielerisch dann aufgebaut. Und genau, aber das hat bei uns im Grunde dazu geführt, dass wir eben auch mal Triathlon ausprobiert haben, weil das auch im Verein eben ganz verbreitet war und es da einen netten Trainer gab und eine nette Trainingsgruppe. Und ja, so sind wir da erstmal gelandet. Und dann hattet ihr auch dieses Gruppenfeeling, was man sonst vom Gruppensport hat. Ja, genau. Und man, also man muss sich das so vorstellen, man macht da auch nicht, wenn man sich jetzt trifft zum Lauftraining, dann ist das nicht so, wie wir das heute machen. Wir machen Dauerlauf oder wir machen Tempoläufe, sondern man läuft zwei Runden, läuft man sich ein oder so höchstens und dann macht man irgendwelche Laufspiele, Abklatschspiele oder sowas. Also das war dann eher das Laufen, was wir sozusagen gemacht haben. Nicht direkt dieser Ausdauersport, der sicherlich nicht so attraktiv ist, so in jungen Jahren. Und ich glaube auch nicht, dass man mit in dem Alter unbedingt jetzt Kilometer schrauben muss und jetzt hier den 15 Kilometer Dauerlauf machen muss. Genau, das ergibt sich dann einfach so. Sondern es geht darum, Bewegungsschule alles auszuprobieren, damit die Kiddies genau Freude an der Bewegung haben und dann eben sich irgendwann spezialisieren können und alles mal ausprobiert haben. Was hat euch der Sport damals gegeben, so in den jungen Jahren? War das selbstverständlich, dass man das macht oder waren es so bestimmte Aspekte, die euch total fasziniert haben damals? Wir haben es alleine gern gemacht. Also wir hatten immer Freude an Bewegung und brauchten das auch, um dann eine gewisse Auslastung zu haben und unseren Eltern zu Hause nicht auf die Nerven zu gehen. Und es hat sich auch schnell dann etabliert, dass wir wirklich viele Freunde im Verein hatten. Und dann war es tatsächlich, ey, ich gehe auch zum Training oder ja, zu den diversen Einheiten, weil ich treffe dort meine Freunde. Und genau, das war eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt, auch eine sehr große Motivation für uns, dann den Sport zu machen. Und genau, auch zu gucken, genau, wir hatten Spaß an der Bewegung und Spaß daran, irgendwie auch uns weiterzuentwickeln. Und das war eigentlich so in den jungen Jahren der Treiber. Auch sicherlich, da war der Erziehungsaspekt von unseren Eltern in jungen Jahren, ist der, glaube ich, noch relevanter. Auch, weil wir natürlich jemanden brauchten, der uns immer abends vom Training abgeholt hat, beispielsweise. Wir haben in einer kleinen Stadt zwischen Köln in Bonn gewohnt und mussten einmal mit dem Bus ewig fahren. Wir haben uns dann sehr gefreut, als wir später ein Auto gekriegt haben und dann nicht mehr mit dem Bus fahren mussten. Auch so ein Bus, der nur einmal die Stunde kommt? Ja, genau, einmal die Stunde. Ja, Dorfkind hier auch. Kontrastprogramm in Berlin. So was, die Bahn kommt erst in fünf Minuten, ich muss ganz in fünf Minuten jetzt warten. Ja, genau. Das ist ganz nett, man gewöhnt sich aber echt schnell dran. Ja, aber das war sicherlich auch, also von unseren Eltern, dass wir, wir waren dann in der Übermittagsbetreuung meist, also die ersten Jahre auf der weiterführenden Schule und waren dann am Nachmittag beschäftigt und sah es nicht allein so. Das war sicherlich auch von unseren Eltern so gewollt, dass man in diese Vereinsstrukturen auch als Betreuung am Nachmittag einfach mit eingebunden ist. Und so ist sich das dann ausgegangen und dann irgendwann ist es halt mehr geworden und wir haben Spaß gehabt und dann verbessert man sich und dann kommt erst der Gedanke dazu, auch mal Wettkämpfe zu machen und sich zu überlegen, ja, wo man damit hinkommen möchte mit dem Sport. Wann ging das los, dass ihr so wirklich mal ambitionierter an Wettkämpfe rangegangen seid? Also jetzt nicht dieser zehn Kilometer Lauf, den ihr trotzdem dann Pokal geholt habt? Das ist schon so. Jetzt muss ich mir überlegen. Also es hat eigentlich, wir haben vorher schon mal auch im Tennis, dann Tennisturniere gespielt. Wir haben auch im Turnen Wettkämpfe gemacht. Ja, aber wo das so richtig ambitioniert schon war, weil ich sagte ja gerade so beim Tennis war so, ja, wenn der andere mal müde war, hatten wir eine Chance. Aber das klingt jetzt nicht so wie von wegen, oh, ich gebe jetzt voll Gas, oder? Ja, das hat eigentlich schon auch mit den Triathlon-Wettkämpfen dann angefangen. Wie alt waren wir dann da? Ich schätze so 14, 15? Genau, weil wir dann auch zum Beispiel mal gesagt haben, okay, wir hatten dann schon primär den Fokus, dass wir einen modernen Fünfkampf gemacht haben und haben dann für die Triathlon-Wettkämpfe sind wir dann mal, wir haben vorher kein Radfahren trainiert, weil das passte dann doch nicht mehr mit den fünf Sportarten. Und dann sind wir ins Trainingslager mit den Triathleten gefahren, auch eben so ein bisschen Ferienlagermäßig, aber schon mit Fokus dann auch auf dem Training. Und haben dann mal ordentlich Radfahren trainiert und haben auch gemerkt, ah, das hat uns doch schon, ja, Training bringt doch was. Und dann waren wir gleich über den Wettkämpfen auch besser. Und da hatten wir dann schon, hatten wir dann einen gewissen Leistungsgedanken auch dabei und wollten dann bei den Wettkämpfen auch gute Leistung bringen. Wobei man dazu sagen muss, wir waren früher als Kinder bei Wettkämpfen wirklich unglaublich nervös. Das heißt, ich fand Wettkämpfe am Anfang gar nicht so toll, weil da konnte ich dann morgens nichts essen und es war irgendwie schon ein bisschen, so ein bisschen froh war ich dann auch, als ich es geschafft hatte, muss ich sagen, als Kind. Und nervös, weil du dich selber so unter Druck gesetzt hast oder weil du nicht wusstest, wie es laufen wird? Ja, eigentlich, weil ich mich selber unter Druck gesetzt habe, ja. Weil ich wollte schon schnell sein und ja, damit kam die Nervosität. Ist eigentlich eine gute Frage, woher kommt Nervosität? Ja, ich glaube, das ist auch das, wie wir es so ein bisschen geschafft haben, das runterzufahren von diesem, also wir waren absolut die Nervösesten, glaube ich, früher als Kinder, wo alle so gesagt haben, ja, macht euch keinen Stress, ihr seid klein. Ich weiß es noch, beim Schwimmen ist mir da die Schwimmbrille runtergerutscht zum Beispiel. Und also so große Sachen, wo dann bin ich die ganze Zeit Brust statt Kraul geschwommen, weil ich nichts gesehen habe sonst. Und das war völlig egal eigentlich, woran man auch eigentlich dann hätte merken können, dass das nicht so eine bierernste Sache ist. Sonst geht darum, dass die Kiddies Spaß haben, ihre Grenze austesten und so. Und trotzdem war ich davor dann so super nervös. Und das hat sich auch relativ lange hingezogen, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, dass uns das gar keinen Mehrwert bringt, so extrem nervös zu sein. Im Gegenteil, das macht die Vorfreude auf den Wettkampf komplett kaputt. Das ist, es zieht einem so enorm viel Energie, wenn man so super nervös ist. Also ich war immer richtig, richtig müde, weiß ich noch, vor diesen Schwimmwettkämpfen, weil ich irgendwie die ganze Zeit schon vorher Puls 180 hatte. Und das zieht natürlich Energie. Und seit ich festgestellt habe, dass das einem eigentlich nichts bringt, dieses bisschen Adrenalin, was an der Startlinie ist und dass man bei wichtigen Wettkämpfen, wo es dann wirklich auf Normen und Zeiten drauf ankommt, auch nicht mehr so gerne frühstückt und dann auch die Tage vorher schon, wenn man so ein bisschen daran denkt, so einen Bauchkribbeln kriegt. Das ist alles gut. Ich glaube, das ist auch leistungsfördernd. Und wir haben uns auch unterhalten in der Gruppe und mit unseren Trainern. Und man hat dann diese umgedrehte, u-förmige Kurve, die sagt, wenn du zu wenig nervös bist, ist es nicht gut, aber wenn du zu viel nervös bist, eben auch nicht, sondern genau dieser Peak oben. Und das macht den Wettkampf besser. Und ich weiß, dass damit auch die Performance am Ende besser wird. Und so haben wir das am ehesten in den Griff gekriegt. Aber ja, früher Spaß hatten wir da lange nicht am Wettkämpfen. Aber war es dann von Vorteil oder von Nachteil, dass ihr dann beide so sportlich wart? Und dann seid ihr auch in den gleichen Wettkämpfen gestartet? Genau. Es war eigentlich, also was die Wettkämpfe angeht, fanden wir es früher einen Nachteil. Und deswegen haben wir auch überlegt, ob wir unterschiedliche Sportarten machen möchten, damit wir nicht diesen direkten Vergleich immer haben. Dagegen hat gesprochen, dass wir immer enorm davon profitiert haben, dann gemeinsam trainieren zu können, wenn wir die gleiche Sportart machen. Und es war auch zum gewissen Grad auch eine logistische Frage, weil, wie gesagt, wir waren auf dem Dorf, der Bus für einmal die Stunde und abends dann gar nicht mehr. Das heißt, wir waren darauf angewiesen, abgeholt zu werden. Das heißt, es war schon klar, dass ein Elternteil muss schon mal fahren und dann zumindest beide am gleichen Ort abholen, zur gleichen Zeit war logistisch zu handeln. Während wenn es nochmal zwei Orte zu zwei Zeiten gewesen wären, wäre es wieder schwieriger gewesen. Am besten der eine noch im Norden, der andere im Süden. Genau. Und dann auch mit den Wettkämpfen am Wochenende, wo dann genau auch unsere Eltern dabei waren. Wenn das nochmal wieder andere Wettkämpfe gewesen wäre, wäre es wieder schwieriger gewesen. Und deswegen sind wir dann doch bei der gleichen Sportart geblieben. Ja, und auch der Punkt, dass wir uns als Trainingspartner haben. Und das ist auch der große Benefit, den wir jetzt einfach sehen, dass wir zusammen trainieren können und uns genau gleich unterstützen können, dass wir uns bei Tempoläufen abwechseln können. Ich glaube, der Nutzen überwiegt die Kosten. Genau. Inzwischen wissen wir das noch viel besser als früher. Und wie war das so in eurer Jugend? Ich meine, so in Teenager-Zeiten, wenn die Geschwister dann doch mal eher auf den Sack gehen? Wir haben uns reichlich geprügelt. Also vor Teenager-Zeiten, glaube ich. Teenager-Zeiten haben uns eher angezickt. Tun wir auch jetzt auch gerne. Wer war alt geprügelt? Ja. Ja, wir hören auch häufiger mal. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn wir miteinander reden. Anders als bei anderen Leuten oder auch bei einer guten Freundin. Da kommunizieren wir nochmal anders. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil wir die Launen dann am ehesten aneinander auslassen und uns dann so ein bisschen anmeckern. Oder auch Ärger, den wir einfach irgendwie verspüren, aufeinander projizieren. Da kommt dann schnell vom Gesprächspartner, was ist denn mit euch? Ihr streitet euch ja schon wieder. Und wir so, hm? Gestritten? Wir haben uns nicht gestritten. Das war kein Streit. Warte mal, bis ihr Streit erlebt. Ja, nicht so durch ein Ventil. Aber das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir versuchen, ein bisschen das dann auch als, also wie gesagt, wenn irgendwie eine Laune hat, jeder ist mal schlecht drauf. Aber es hilft trotzdem, wenn man sich dann nicht das in so ein Ankeifen gegenseitig. Das ist bei uns mal schnell so. Und wir meinen das eigentlich nie böse einander gegenüber, sondern wir nehmen einfach kein Blatt vor den Mund. Und das wirkt dann für den Gegenüber manchmal direkt so, als würden wir uns streiten. Dabei sind wir ja ein Herz und eine Seele. Genau. Also diese Ehrlichkeit hat auch durchaus Vorteile. Also zum Beispiel, wenn ich wirklich eine ehrliche Meinung brauche zu irgendeinem Outfit oder so, dann weiß ich, ich kann mich auch darauf verlassen, dass sie mir die unschöne Wahrheit sagt, wenn es so ist. Und schön unterstrichen. Genau. So nochmal zu, also dein Arsch sieht da drin so fett aus. So ungefähr. Ja, ansonsten bei einer Freundin, ja, da ist man dann in der Ausdrucksweise ein bisschen vorsichtiger und machst es dann, würde nicht sagen, oh Gott, das geht wirklich gar nicht. Ja, das ist dann der Vorteil. Ja, das Ding ist ja auch, man könnte ja auch sie immer für mich und andersrum halten. Da muss man nochmal ein bisschen mit aufpassen. Also das ist ja auch mein Interesse, ist dann natürlich größer, ihr zu sagen, wenn sie doof aussieht, weil die Leute auf der Straße könnten halt auch denken, sie wäre ich und dann fällt das auf mich zurück. Ach so. Und das ist auch sehr weit hergeholt. Okay, springen wir mal wieder zurück zum Triathlon. Und nee, wann fing der Fünfkampf an? Wann kam das? Also wir waren gerade so mit 15, 16, seit ihr die Triathlon-Wettkämpfe gemacht? Genau. Wir waren mit Laufen geschwommen, ja. Also der Fünfkampf kam so ein bisschen peu à peu. Das ist auch dem geschuldet, dass man bestimmte Disziplinen erst ab einem bestimmten Alter machen darf. Zum Beispiel darf man zum Schießtraining durften wir erst. Genau, also erstmal, was ist der moderne Fünfkampf? Vielleicht schieben wir das einmal vor. Vielleicht sollten wir damit mal anfangen. Genau, der moderne Fünfkampf sind fünf Sportarten. Surprise. Überraschend. Genau. Das sind einmal das Laufen, das Schwimmen, Fechten, Schießen und Springreiten. Genau. Und das Training in den verschiedenen Disziplinen wird eben im Verlauf des Lebens, sag ich mal, im Verlauf der Jugend dann das Training dafür aufgenommen. Das heißt zum Beispiel Schießen darf man ab einem Alter von zwölf Jahren. Okay, schon. Ja, genau. Also es sind auch, es wird mit einer Luftdruckpistole geschossen. Das heißt, das sind jetzt keine schweren Gerätschaften. Ja, schon klar. Also nicht da mit einer AK-47. Genau. Und ja, da gibt es am meisten im Fünfkampf trainiert werden die sogenannten organischen Disziplinen, also auch die Ausdauerdisziplinen. Das ist Schwimmen und Laufen. Und ja, entsprechend lag da immer auch der Fokus im Training. Deswegen hat es auch zum Triathlon ganz gut gepasst. Und die technischen Disziplinen, die werden dann so ein bisschen drum herum gebaut. Und genau so hat sich das dann auch zusammengesetzt. Und wir haben dann, also mit 14 fängt dann nämlich das Reiten an. Das kommt also dann verhältnismäßig spät erst dazu. Ja, was auch daran liegt, dass man auch im Jugendbereich im modernen Fünfkampf erstmal mit Wettkämpfen, also da gibt es dann zwei deutsche Meisterschaften zum Beispiel im Jahr. Und das eine ist dann, wenn es jetzt bei den ganz Kleinen fängt, ist dann nur mit Schwimmen und Laufen. Also die haben tatsächlich deutsche Meisterschaften, die dann Fünfkampfdeutsche Meisterschaften im Jugendbereich sind und nur Schwimmen und Laufen sind. Und dann einmal im Jahr gibt es dann auch die große Fünfkampfmeisterschaft sozusagen. Aber weil das sozusagen dann aufgebaut werden soll Stück für Stück. Und im Jahr danach kommt dann, kam dann das Schießen dazu. Also Schwimmen, Laufen, Schießen. Dann im Jahr danach das Fechten und das Reiten zum Beispiel ganz zuletzt. Also erst im Juniorenbereich, wenn man 18 ist, hast du wirklich jeden Wettkampf sozusagen in diesem Fünfkampfformat. Davor ist es eben zwei, drei oder vier Kampf. Auch ein Grund, warum man diese Disziplin dann relativ spät erst aufnimmt. Plus Laufen und Schwimmen ist einfach die Grundlage. Da muss man relativ früh anfangen. Die Schwimmer wissen das am besten. Die fangen oft in ganz, ganz jungen Jahren an mit dem Training. Wenn man zu spät eben mit so einer, mit dem Schwimmsport anfängt, ist es sehr, sehr schwierig, da aufzuholen. Genau. Und der Leistungshöhepunkt ist im Schwimmen auch verhältnismäßig früh. Im Vergleich zum Beispiel zu den anderen Disziplinen. Also wenn man sich den zum Beispiel den Altersdurchschnitt bei den Olympischen Spielen anschaut, nach Sportarten, dann ist Schwimmen da sehr früh. Okay. Ja, deswegen, das war so eine Phase, da haben wir mit 14, 15 parallel tatsächlich so ein bisschen Triathlon-Fünfkampf. Je nachdem auch, was jetzt gerade in der Saison anstand. Im Fünfkampf gab es auch noch nicht so viele Wettkämpfe. Und viele Wettkämpfe waren dann eben auch Schwimmenlaufen. Und im Triathlon war es dann auch Schwimmenlaufen. Mal ein bisschen Radfahren dazu. Aber dadurch, dass wir da breit aufgestellt waren, haben wir das jahrelang eigentlich so ein bisschen parallel gemacht. Sind wir mal die Triathleten ins Trainingslage gefahren, mal mit den Fünfkämpfern. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, wir haben Triathlon-Cut-Off, da haben wir Fünfkampf gemacht, sondern beides so ein bisschen parallel. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, das war vielleicht ja dann so ein 15, 16 in der Größenordnung, wo wir uns dann entscheiden mussten, wohin wollen wir jetzt wirklich weiter professionalisieren. Und da haben wir dann eben gesagt, da haben wir auch überlegt, ob einer Triathlon, einer Fünfkampf machen soll. Eben dieser Konkurrenz, von der wir eben sprachen, wegen. Und haben dann aber gesagt, ja, Fünfkampf macht uns eigentlich beiden am meisten Spaß. Und haben uns dann ja in dem Alter dann für den Fünfkampf entschieden. Ist ja auch mega abwechslungsreich, ne? Also wenn man sich jetzt Triathlon anguckt, das sind jetzt drei Ausdauersportarten. Und Fünfkampf, ich habe in meinem Leben noch kein Springreiten gemacht und auch kein Fechten. Aber das ist ja super abwechslungsreich. Genau. Wie sieht denn da so ein Wettkampftag dann aus? Ja, also wir haben das Abwechslungsreiche tatsächlich auch immer sehr am Fünfkampf geliebt und auch genossen. So ein Wettkampf ist inzwischen hat sich auch verändert. Also der Fünfkampf befindet sich sowieso in ständiger Veränderung, auch um ihn fürs Publikum interessanter zu machen. Es ist eine Randsportart und es kennen nicht so viele. Und da versucht man immer mehr, ja, noch so ein bisschen, wie kann man daran arbeiten, das Publikum interessanter zu machen. Es gelingt mal besser, mal weniger gut. Aber zum Beispiel war es ganz früher so, dass eine Disziplin, also ein Wettkampf bestand aus fünf Tagen und an jedem Tag wurde eine Disziplin ausgeübt. Das ist aber schon so lange her, das war weit vor unserer Zeit. Und dann wurde es immer weiter gekürzt, irgendwann auf drei Tage und irgendwann auf zwei Tage. Inzwischen ist festgelegt, dass international ein Fünfkampf an einem Tag, durchgeführt werden muss. Und wir hatten es zum Beispiel in der Jugend oft so, dass einfach, man musste halt auch logistisch wieder gucken, wie ist das mit den Trainingsstätten. Ich meine, das ist gerade die Schwierigkeit am modernen Fünfkampf. Man braucht halt alle Locations. Man braucht ein Schwimmbad, man braucht eine Fechthalle, man braucht einen Schießstand und man braucht die Möglichkeit eben zu reiten. Das sind so Kombinationen. Das kann man nicht überall so einfach mal machen. Und deswegen war es zum Beispiel so, dass Jugendwettkämpfe oft, da sind wir dann freitags, zum Beispiel gab es Wettkämpfe, da sind wir dann aus Bonn nach Berlin angereist. Da wurde dann, hat freitagsabends das Schwimmen stattgefunden. Dann sind wir ins Hotel, haben dort übernachtet und am nächsten Morgen ging es früh weiter mit dem Fechten. Genau, dann kam das Schwimmen. Und dann kam abschließend das Combined-Event. Schwimmen war Freitagsabends, Samstag war das Reiten. Du hast Schwimmen zweimal gesagt. Jetzt verwechsel ich es schon. Okay, nochmal. Also Freitagsabends Schwimmen. Genau. Samstags. Genau, dann geht es los mit dem Fechten. Fechten. Und dann geht es weiter mit dem Reiten. Und dann kommt das abschließende Combined-Event. Ja, das ist alles ein bisschen sehr verwirrend. Bei internationalen Wettkämpfen ist es aktuell, genau, also die Logistik ist das Entscheidende bei so nationalen Wettkämpfen. Bei internationalen Wettkämpfen steht die Reihenfolge eigentlich, dass es mit dem Fechten anfangen muss, weil es da auch eine Formatsänderung gab. Das ist später nochmal zu einem sogenannten Leiterfechten. Da muss nochmal jeder gegen jeden. Das ist so ein bisschen Showfechten, damit der Zuschauer nicht dieses lange Fechten dauert relativ lange als Disziplin im Wettkampf. Zwei bis drei Stunden. What? Weil auch jeder gegen jeden fecht? Genau, das ist sehr unübersichtlich und auch langweilig für den Zuschauer. Und deswegen hat man das Format dahingehend geändert, dass die zum Beispiel die Möglichkeit haben, nur einen halben Tag diesen Wettkampf zu gucken. Das heißt, diese Vorrundefechten, dieses lange Fechten wird als erstes gemacht, dann wird geschwommen. Das sind so die zwei Disziplinen, die muss sich der Zuschauer dann sozusagen nicht unbedingt angucken. Und dann kann er die zweite Hälfte des Tages dazukommen, kann sich noch diese Bonusrunde im Fechten, da ficht einfach nur einmal jeder gegen jeden auf einen Treffer. Das gibt nicht mehr enorm viele Punkte, das ist tatsächlich einfach so ein bisschen Showfechten. Und damit geht es dann zum Reiten weiter und zum Abschließen dann eben dieses Laufen, Schießen im Sommer-Biathlon-Format, was am ehesten noch beim Publikum ankommt und spannend ist, den Wettkampf dann sozusagen zu verfolgen. Deswegen, diese Formatsänderungen sind in den letzten Jahren halt auch zur Freude und Leid der Athleten immer wieder eingeführt worden, eben dem Punkt geschuldet, dass Fünfkampf attraktiver sein muss und wie kann man das attraktiver machen für das Publikum und dass man diesen Wettkampf auch nachvollziehen kann. Weil, also wir könnten jetzt alleine drei Stunden da über das Punkte-Format und alles Mögliche im Fünfkampf. Es ist halt tatsächlich nicht so wie eine Ballsportart. Das Runde muss jetzt eckiger und wenn das Runde im Ecking ist und es ist die richtige Farbe von Trikot, dann darf man mitjubeln. So leicht ist es halt da doch nicht zu verstehen. Ich sehe schon die ganzen Hate-Mails der Fußballer. Ich sage, ich bin es gut. Wir wollen nicht über Fünfkampf, über Fußball könnte ich auch zwei Stunden drunter reden. Aber genau, also das Prinzip ist im Grunde alle Disziplinen werden dann Punkte umgerechnet und dann, ja, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt den Fünfkampf. Das wird auch so zum Glück inzwischen so gemacht, wenn man startet mit einem Handicap oder einem Jagdstart-Format, kann man das auch nennen. Das heißt, die Punkte, die man bis dahin hat, die werden umgerechnet oder das sind die Punkte. Ein Punkt ist eine Sekunde und wenn ich zum Beispiel vor dem abschließenden Laser-Run 20 Punkte Vorsprung habe, dann darf ich 20 Sekunden früher starten und entsprechend, wer als erstes über die Ziellinie läuft, hat auch gewonnen. Das heißt, man muss dann nicht erst mal über die Ziellinie laufen und dann noch umrechnen, sondern, genau, der Gewinner läuft als erstes über die Ziellinie. Klingt wirklich sehr komplex und vielschichtig und die Frage, die ich mich gerade stelle, ist, wie viel Zeit hat denn das alles in Anspruch genommen? Also, ihr seid ja noch zur Schule gegangen. Ja, Fünfkampf ist auf jeden Fall sehr, sehr trainingsintensiv. Also, jede Sportart einmal wäre fünfmal die Woche und damit kommt man natürlich nicht hin. Also, gerade die organischen Disziplinen, Schwimmen, Laufen, muss man häufiger trainieren in der Woche und auch alle anderen Disziplinen summieren sich dann. Also, wir finden es auch immer faszinierend, jetzt so im Nachhinein, was man so alles in einem Tag untergekriegt hat, wenn man so einen Trainingslagertag im Fünfkampf sich erntet. Also, du musst den ganzen Tag nichts anderes als Sport, Essen, Schlafen. Man denkt, dass es in anderen Sportarten auch so ist. Der Vergleich ist, wir werden immer nach dem Vergleich gefragt, wie ist dein Laufen im Fünfkampf. Also, es ist schon Luxus, sich auch im Laufen mal frisch zu fühlen für wichtige Kerneinheiten. Beim Fünfkampf ist es mehr so ein bisschen, man übersteht sozusagen den Tag. Aber so richtig einen Fokus auf einzelne Einheiten zu legen, ist dann eben relativ schwierig. Das ist der Vorteil jetzt beim Laufen. Und auch zum Beispiel, dass man, wenn man einen Wettkampf hat, eben nicht frühmorgens anfängt, spätabends aufhört, sondern dann in Ruhe früh. Das ist immer der größte Luxus, wo wir uns jetzt noch drüber freuen, wenn wir mal einen Wettkampf haben. Und erst irgendwie am Mittag oder vielleicht auch erst am Abend, dass man dann im Hotel in Ruhe frühstücken kann und dann nochmal aufs Zimmer und das Ganze wirklich viel entspannter angehen kann. Aber dafür kommt es eben auch auf diese Peak-Performance. Also, man muss über diesen Punkt sozusagen drüber gehen. Und das ist halt, je spezifischer man eine Sache trainiert und sich darauf fokussiert, desto wichtiger ist es eben auch, in diesem einen Moment abzuliefern. Im Fünfkampf kannst du vieles ausgleichen einfach. Da kommt es nicht auf diese Peak-Performance eigentlich an. Okay. Wie viel habt ihr dann trainiert in eurer Jugend an Tagen? Also, habt ihr eigentlich jeden Tag trainiert? Genau, wir haben eigentlich jeden Tag trainiert, wobei wir sonntags eigentlich in der Regel frei hatten. Im Fünfkampfjahr? Zu Fünfkampfzeiten, genau. Das haben wir jetzt zur Laufzeit nicht mehr. Da steht jetzt immer unser langer Dauerlauf auf dem Plan. Da kommen wir gleich zu. Genau. Und da war es immer so, wie gesagt, dass die technischen Disziplinen sind immer um die organischen herum gebaut. Aber das kann schon mal durchaus dazu führen, dass man am Tag drei bis vier Disziplinen trainiert. Ja. Aber zu Schulzeiten, wir haben mehr angefangen zu trainieren, als wir zum Studium nach Berlin gekommen sind. 2013 war das. Wir sind, wir haben dann 2013 bis 2016 auch in Berlin einen modernen Fünfkampf gemacht. Und da haben wir dann auch mal so Einheiten gehabt, wo wir dann vormittags und nachmittags mal trainiert haben. Zu Schulzeiten haben wir eigentlich immer nur am Nachmittag, wenn die Schule dann so vorbei gewesen ist, unsere zwei bis, ja meistens waren es zwei bis drei so Trainingseinheiten. Aber die riesige Stundenanzahl haben wir eigentlich erst angefangen, als wir dann im wirklichen Erwachsenenalter nach Berlin gekommen sind. Und dann sind es natürlich viele Stunden. Also wie viele waren das? 20, 25 Stunden in der Woche, die man dann trainiert hat. Und wir, dadurch, dass wir nebenher noch studiert haben, haben wir auch beispielsweise nicht so viel gemacht, wie die Sportschüler in Berlin, die wirklich strukturiert immer vormittags und nachmittags Trainings Einheiten gehabt haben. Ja. Dann kommen wir doch mal genau auf diesen Punkt. Studium. Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Rabea studiert oder studierte Psychologie und Debbie Medizin. Das sind jetzt auch keine sehr, ja, ich sage jetzt mal, einfachen Studiengänge. Wie kam es zu diesen Berufswünschen? Genau. Also unsere Studienwünsche haben eigentlich auch dazu geführt, dass wir uns für Berlin als Standort entschieden haben nach der Schule, weil wir wussten, wir können, hier werden die beiden Studiengänge angeboten. und hier ist eben das in Deutschland größte Leistungszentrum für den modernen Fünfkampf und da haben wir die besten Möglichkeiten gesehen, Studium und Sport kombinieren zu können. Und ja, die, wir haben auch überlegt nach der Schule, ah, was wollen wir studieren? Also es war jetzt nicht die ganze Zeit so, klar, ich will auf jeden Fall Psychologie machen und Debbie, ich will auf jeden Fall Medizin machen, so war es nicht, sondern wir haben schon auch überlegt und wir hatten, auch wenn der Schulzeit, zwei gleiche Interessen, aber eigentlich war klar, ach nee, das gleiche studieren, wollen wir dann irgendwie doch nicht. Und ja, dann haben wir genau, irgendwann uns dann doch für die Studiengänge entschieden, die wir jetzt gemacht haben und sind damit auch genau sehr glücklich und sind jetzt auch beide in den letzten Zügen. Das heißt, ich, Rabea, schreibt meine Masterarbeit in Psychologie gerade und Debbie bereitet sich auf ihre abschließende Prüfung vor. Ja, genau. Du hast auch ein fancy, dein Doktorarbeitstitel ist ja öffentlich, Laborparameter Veränderungen beim 160 Kilometer Ultralauf. Steht sogar bei Wikipedia. Ja, da habe ich es auch. Ganz witzig, ja. Ja. Was ist das? Ich bin wissenschaftlich an die Sportmedizin hier in Berlin angebunden und da haben wir 2016 und auch im Jahr 2017, aber meine Daten kommen vorwiegend aus dem Jahr 2016, eine Studie durchgeführt an Ultraläufern. Das ist eigentlich ein bekannter Ultralauf hier im Berlin-Brandenburger Raum. Die laufen den ehemaligen Mauerweg entlang. Der Mauerwegslauf, ja. Genau, also 100 Mal in Berlin, Berliner Mauerwegslauf, so heißt dieser Wettkampf und da haben wir uns Probanden rausgesucht und haben da große Untersuchungen gemacht, eine Woche vor dem Lauf, direkt nach dem Lauf und eine Woche nach der Regeneration und ich habe... Kurzer Einwurf. Ja. Ultralauf, alles ab 50 Kilometer gilt als Ultralauf. Nee, alles länger als Marathon gilt als Ultralauf. Genau. Ja. Ja, danke für den Einwert. Also genau, Ultralauf und das ist auch sehr, sehr schwierig zu vergleichen und es gibt noch nicht viele Studien, aber es ist super, super spannend. Ich habe mir die Blutwerte angeschaut, ganz, ganz viele Parameter, ganz viele Veränderungen. Also es ist sehr, sehr faszinierend, was in Anführungsstrichen einfach nur Laufen dann doch mit dem Körper macht und es geht natürlich darum... Was man sich so antut. Naja, das und vor allem, was das sagt, der Laborwert mir wirklich aus, wenn ich einen Nierenwert bestimme, ist der jetzt wirklich so hoch, weil er, weil die Nieren einen Schaden abbekommen hat oder ist der Wert so hoch, weil ich so eine enorme Belastung auf dem Körper habe, dass solche Werte, die sind immer nur semispezifisch für Organe, dass der zum Beispiel Creatinin kennt jeder, der steigt halt auch einfach durch die Muskelbelastung steigt, das einfach enorm an, ist aber gleichzeitig auch ein Nierenparameter, muss man eben abwägen, kommt das jetzt durchs Laufen oder ist nur durch die Muskulatur bedingt oder ist es wirklich die Niere, das ist so ein bisschen was. Creatinin kennt nicht jeder. Okay. Im Sportbereich. Ich will nicht zu sehr abschweifen, denn der Markt ist sehr, sehr faszinierend. Aber... Wir haben einen Artikel darüber, über Creatinin, das kann ich an den Shownotes verlinken. Da kann jeder das nochmal nachlesen. Machen wir, lösen wir es so. Alles klar. Ja. Also die Arbeit ist auch noch nicht ganz fertig, beziehungsweise jetzt in den letzten Zügen. Ich arbeite gerade am Eröffnungsprozess und wenn nicht fertig ist, dann kann man sich auch gerne bei ihm melden. Ich schicke das gerne rum ins Dokument. Steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Herzblut drin. Also hast du dich denn auch bewusst, als du gesagt hast, du willst Medizin studieren, gesagt, okay, ich möchte da auch den Sportbezug haben? Am Anfang eigentlich gar nicht. Tatsächlich. Also ich habe immer gesagt, Sport und Studium will ich getrennt halten. Wir haben das auch zu Schulzeiten so gemacht. Also wir waren in Anführungsstrichen auf einem ganz normalen Gymnasium und keiner Sportschule und haben das von Anfang an eigentlich getrennt gehalten, sehr bewusst. Und so bin ich auch ins Studium reingegangen. Und ich fand Sportmedizin am Anfang auch nicht so super spannend. Warum studiert man Medizin, um dann in die Sportmedizin zu gehen? Das ist so ein kleines Feld sozusagen. Es gibt alle Bereiche, die Medizin finden, sind interessant. Und so geht es mir auch heute noch. Also die wenigsten Fachdisziplinen würde ich ausschließen, weil ich sie nicht interessant finden würde. Für mich kommen jetzt langsam einfach so Aspekte tatsächlich, die den Arbeitsalltag und Ähnliches betreffen. Also ich würde jetzt keine Chirurgie machen wollen, nicht, weil ich das Fach an sich nicht spannend finden würde, sondern weil ich nicht 100 Stunden in der Woche im OP stehen möchte, sondern weil ich auch aktuell, das ist natürlich das Laufen und der Leistungssport mit dem Zeitaufwand dahinter, ein großer Punkt. Aber ich glaube, ich möchte auch später Familie und Co. dazu haben. Und es gibt Bereiche in der Medizin, da muss man einfach dafür leben und hat auch diese Verantwortung. Und das ist immer was, was mehr für mich mit auf die Liste Pro und Contra kommt. Und Sportmedizin ist ein großes Feld, wo eine gute Mischung aus Forschung, einem angenehmen Patientenklientel und eben auch doch spannender Medizin ist, was man am Anfang gar nicht so unbedingt weiß. Wie gesagt, über die Doktorarbeit habe ich da ein bisschen Blut geleckt, in Anführungsstrichen. Ja, und deswegen bin ich jetzt am ehesten doch auf dem Wege in die Sportmedizin. Jetzt doch. Ja, ist doch dazu gekommen, war ja klar. Rabea, ist es bei dir auch dann Psychologie Richtung Sportpsychologie oder bist du da komplett getrennt? Einwand. Wir werden immer gefragt, ob wir gemeinsam eine Praxis aufmachen. Das ist nicht der Plan. Ich habe meine Bachelorarbeit zum Beispiel in der Sportpsychologie geschrieben. Und fand es auch sehr spannend. Und habe jetzt aber auch wieder, Psychologie ist auch wieder ein Fach, was so viele Facetten hat. Und was eigentlich inzwischen auch überall gefragt ist. Das heißt, ich strecke auch im Bereich Psychologie eigentlich meine Fühler in alle möglichen Richtungen aus. So ein bisschen mache ich das auch nach wie vor. Ich bin auch noch nicht so ganz festgelegt, wo es nach dem Studium oder wie es nach dem Studium genau weitergeht. Aktuell meine Masterarbeit schreibe ich wieder in einem anderen Bereich. Das ist auch wieder eine Mischung aus verschiedenen Disziplinen. Es geht viel um Kommunikation. Worüber ich meine Masterarbeit schreibe. Und ich arbeite aktuell als Werkstudentin wiederum in einem Unternehmen, wo ich eher wirtschaftspsychologisch arbeite. Das heißt, ich habe tatsächlich viele Facetten in der Psychologie, die ich gerade ausprobiere und dann da finden muss, wie es weitergehen soll. Jetzt nicht die Frage mit der Praxis, aber könnt ihr euch gegenseitig so ein bisschen helfen, wenn mal irgendwie im Sportbereich was los ist? Also weiß ich nicht, gibt es Lows bei dir, wo Rabea dir helfen kann? Oder du hast medizinische Probleme, irgendwie Aua-Wes? Und Debbie sagt, ah, das ist das und das? Auf jeden Fall. Also es sind natürlich beides Studienfächer, die auch eine große Schnittstelle mit dem Sport haben. Und da können wir sicherlich das, was wir gelernt haben, unser Wissen, auch anbringen und einbringen. Und genau, helfen nicht nur uns gegenseitig, sondern auch allen, die so mal fragen. Das passiert insbesondere bei Debbie eben auch häufiger, dass dann da Rückfragen kommen. Und wir beschäftigen uns auch, auch wenn ich das jetzt nicht als, also wenn ich gerade im Grunde Sportpsychologie nicht als Fokus mache, heißt das nicht, dass ich das nicht interessant finde beziehungsweise, genau, gucke ich. Trotzdem gibt es auch verschiedene Strategien oder Tricks und ja, bin da auf jeden Fall offen, auch belese mich da gerne. Und es ist auf jeden Fall... Viele Sachen lassen sich wahrscheinlich auch aus anderen Bereichen anwenden, oder? Ich meine, oder? Genau, ja. Musst du mich korrigieren oder sowas? Das ist eine Vermutung. Gut, springen wir wieder ein bisschen zurück zu eurem Sport. Es ist ja, wie wir schon ein bisschen wissen, nicht beim Fünfkampf geblieben. Wann war der Moment, war da gleichzeitig bei euch, wo ihr gesagt habt, vielleicht doch laufen, nur laufen und nicht noch tausend andere Sachen nebenbei? Ja, so ganz gleichzeitig war er nicht. Also ich, Debbie, ich habe im Jahr 2016, das ist es gewesen, das war so unser letztes Fünfkampfjahr, da habe ich vermehrt so Laufwettkämpfe noch ausprobiert und gleichzeitig haben wir uns aber noch mit unserer älteren Schwester, die damals noch zu den Spielen gefahren ist und die Trainingsgruppe in Berlin einfach nicht so groß ist, dass man sich im Fünfkampf auch als Trainingskamerad einfach unterstützen muss, sollte sozusagen in einer Trainingsgruppe. Wir reden hier alleine vom Fechten, wo man auf Trainingspartner angewiesen ist. Stimmt, ja. Auch das war mit dem Grund, warum wir 2016 noch im Fünfkampf mittrainiert haben. Das war so ein bisschen unser Übergangsjahr eigentlich 2016. Und da habe ich mit einer Kommilitonin beim Kaffee noch gesessen und so überlegt, ja, Leistungshöhepunkt habe ich noch nicht erreicht, aber im Fünfkampf komme ich nicht so wirklich viel weiter. Und irgendwann ist auch der Aufwand, den man dann betreibt, wir hatten das eben mit diesen vielen Trainingsstunden und die Trainingsstätten, auf die man angewiesen ist und dieser ständigen Umstrukturierung des Fünfkampfs, wo man sich immer wieder neu darauf anpassen muss, dann Schwierigkeiten in der Trainingsgruppe, weil es sehr sportschul konzentriert, der Fünfkampf in Berlin dann doch einfach ist und so viele Aspekte, die dann dazugekommen sind. Aber Leistungssportaufhören war da für mich eigentlich noch nicht die Frage. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, das kann es jetzt gewesen sein mit dem Sport, ich habe den Punkt erreicht, wo ich jetzt nicht mehr weiterkomme. Im Gegenteil, ich dachte mir, da ist auf jeden Fall noch was drin. Was wäre in der Option? Und Laufen hat eigentlich schon immer Spaß gemacht. Laufen war auch beim Fünfkampf mit einer unserer großen Stärken, wo ich auch immer Spaß hatte und Selbstbewusstsein draus geschöpft habe. Und dann haben wir 2016, habe ich immer mehr Laufwettkämpfe ausprobiert, so Straßenläufe, einfach um, wenn wir im Fünfkampf keine Wettkämpfe hatten, also in dem Jahr sind wir beide nicht im Worldcup-Team gewesen. Dann hast du im Fünfkampf einfach keine Wettkämpfe. Und dann, um alternativ doch eine Motivation im Training zu haben, haben wir dann da vermehrt Volksläufe gemacht. Und da habe ich dann im Herbst mich das erste Mal der Trainingsgruppe der TG Jive, also unserer jetzigen Trainingsgruppe, unter unserem Trainer Detlef Müller angeschlossen, weil ich mit seiner Tochter, also einer Kommilitonin von mir, beim Kaffee gesessen habe. Und sie meinte, ja, wenn du Lust auf Laufen hast, komm nochmal bei uns in der Trainingsgruppe vorbei. Mein Papa ist Coach. Und das ist der Trainer, bei dem wir dann bis jetzt auch trainiert haben. Also eigentlich wirklich ein Zufall, dass wir in dieser Trainingsgruppe da gelandet sind. Und dann, da dieses große Interesse am Laufen einfach wieder gewachsen ist, also wir sind zum Laufen gekommen, ohne zu wissen, wo wir damit mal hinkommen, dass wir das jetzt eigentlich professioneller betreiben, als wir es damals im Fünfkampf, oder zumindest gleich professionell, das hat sich so ergeben. Ja. Genau, also wir sind gar nicht zum Laufen gekommen, wie der mir gerade gesagt hat, mit der Arbitzone, okay, wir wollen jetzt Weltmeister im Laufen werden, sondern wir haben gesagt, okay, wir wollen nochmal gucken, was wir sportlich so machen können. und wir haben da Freude dran und Laufen, genau, hat uns schon Spaß gemacht und wir gucken jetzt mal, wo uns das hinbringt. Und ja, dann haben wir Wettkämpfe gemacht und dann sind wir besser geworden. Dann haben wir Blut geleckt und Schuhe blutgelegt. Ja, also Rabea ist dann mitgezogen. Also ich habe dann die ersten Laufwettkämpfe gemacht, beziehungsweise war dann die ersten Trainings. War ich dann tatsächlich auch alleine bei der Trainingsgruppe und habe dann Spaß daran gehabt und habe dann auch, da war das letzte Jahr U23 noch für uns, da habe ich dann noch der deutsche Straßenlauf mitgemacht und 5000 Meter und habe viel Spaß daran gehabt und da war Rabea dann so, hey, es scheint ja doch irgendwie Spaß zu machen und ist dann schnell auf den Zug aufgesprungen und ja, dann haben wir das zusammen angegangen. Und 2017, das ist so der Cut-Off, also wir sagen mal, seit 2017 laufen wir eigentlich, weil wir 2017 dann in die LG Nord gewechselt sind, also unseren Fall allein hier in Berlin und für die dann Laufwettkämpfe bestritten haben und das dann so der Cut-Off sozusagen war. Also das ist jetzt, ja, drei Jahre. Genau, also noch gar nicht so lange her. Wir sind quasi noch jung im Laufen. Ihr seid ja auch noch jung an sich. Also es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt hier zwei alte Damen vor mir sitzen. Ihr seid von 94, jetzt kommen wir in Kopfrechen-Fähigkeiten. Das heißt, ihr seid entweder, jetzt weiß ich, jetzt habe ich natürlich nur das Geburtsjahr aufgeschrieben und nicht das Geburtsdatum. Das heißt, ihr seid entweder 26 oder 25. Hattet ihr schon Geburtstag? Wir hatten schon Geburtstag. Im März. Im März, ja. Siehst du, ich habe nur das Geburtsjahr dazu geschrieben. So, das war mein Fauxpas. Ja, das heißt, es seid ihr verziehen. Aber da ist ja noch ganz, ganz viel Potenzial. Also gut, also seit drei Jahren seid ihr ganz intensiv beim Laufen dabei. Habt ihr aber auch schon mehrere Läufe gewonnen mittlerweile. Was gibt euch das Laufen? Was gibt euch das Laufen, was vielleicht auch beim Fünfkampf nicht ganz so dabei war? Ja, also es hat erst mal im Laufen auch angefangen, dass wir auch viele verschiedene Strecken ausprobiert haben. Genau, wir sind inzwischen ja mehr auf der Langstrecke unterwegs, aber wir haben eigentlich angefangen. Wir sind die Trainingsgruppe, in der wir sind, das ist eigentlich eher eine Mittelstreckengruppe. Das heißt, genau, wir haben auch da angefangen dann eher mal 1500 und wir haben auch mal 800 gemacht. Und so alle Strecken eigentlich vermehrt bis 10 Kilometer. und ja, hatten da auch Freude. Also es hat uns auch einfach Spaß gemacht, in der Trainingsgruppe zu trainieren und nochmal genau ein anderes Training kennenzulernen. Und ja, dann haben wir aber wieder festgestellt, ja, irgendwie, wir werden doch, je länger die Strecke, desto besser für uns. Das ist ein bisschen digital wie aus dem Tennis, ne? So, je länger es geht, desto... Zieht sich wie ein roter Faden. Die Ausdauerkomponente, genau. Und ja, irgendwie das, worin man besser ist oder besser wird, das macht auch irgendwie dann am meisten Spaß. Klar. Also Erfolg ist tatsächlich doch ein wichtiger Motivationsfaktor. Und genau, das hat dann dazu geführt, dass wir eben uns auch auf die längeren Strecken noch mehr orientiert haben. Und jetzt ist tatsächlich auch sehr genießen, wenn wir die langen Trainingseinheiten machen können, weil wir es irgendwie auch... Es klingt ein bisschen verrückt, aber wir mögen es auch, wirklich am Tag dann die und die Trainingseinheit geschafft zu haben oder die und die Zeit dann nochmal verbessert zu haben und dann abends im Bett zu liegen und gucken, oh, ich habe das geschafft und ich bin jetzt richtig müde. Und genau, dann auch im Wettkampf, wenn es sich dann tatsächlich auch auszahlt, die harten Trainingseinheiten, die man gemacht hat, weil man dann schafft, oh, ich hatte mir das und das vorgenommen und oh, ich bin jetzt so schnell gerannt. Und genau, es ist dann tatsächlich ein wichtiger Aspekt der Selbstverwirklichung, woraus wir dann schon eine große Motivation schöpfen. Also ich glaube auch, es ist die Schnittmenge, das, was Sport generell bringt, egal welcher Sport hat, was wir im Fünfkampf gehabt haben und im Tennis und im Turnen und sonst irgendwo, dieses, man hat eine Gruppe, mit der man zusammen trainiert, das sind im Sport sind immer unsere besten Freunde gewesen, also Training ist wie Freunde treffen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, in Trainingslage zu fahren, auf Wettkämpfe zu fahren, andere Leute zu treffen, sich auszutauschen, was von der Welt zu sehen. Das sind Aspekte, die generell, glaube ich, mit dem Sport kommen und dann kommt im Laufen eben dazu, ja, dieser Aspekt, dass wir gemerkt haben, hey, wir verbessern uns. Am Anfang sind die Sprünge noch riesig gewesen, also da mit zehn Kilometern, weiß ich noch, die 2016 dann im Übergangsjahr gemacht und da bin ich irgendwie jeden Wettkampf 30 Sekunden schneller geworden. Ja, am Anfang sieht das ja auch noch. Genau, aber also in einem gewissen Maße, also wenn man, solange man sich so ein bisschen von der Stelle bewegt und sich irgendwie verbessert, sei es vielleicht auch, muss nicht unbedingt ja direkt die bessere Zeit rausspringen, weil man merkt irgendwie, dass man technisch besser wird oder irgendwas, was man sich vorgenommen hat, woran man jetzt weniger arbeitet. Es ist ja anstrengend, auch manchmal einfach. Zum Beispiel, genau. Oder gut, das reine Laufen ist nicht so extrem technisch, aber wenn ich jetzt ein Hürdenläufer wäre, dass ich da jetzt besser an die Hürde eingeläufe, also dass man irgendwie merkt, man hat einen Progress gemacht. Und das ist, glaube ich, etwas, was im Laufen an der Punkt gewesen ist, wo wir da das Gefühl hatten, wir kommen weiter voran, was im Fünfkampf vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben ist zum Schluss und dass wir unserem Ziel immer irgendwie so ein Stückchen näher gekommen sind und uns immer weiter verbessern konnten. Das war sicherlich ein entscheidender Aspekt, jetzt der für das Laufen und jetzt nicht für den generellen Sport gesprochen hat und was uns auch motiviert hat, dann weiterzumachen am nächsten Tag und zu gucken, hm, geht da vielleicht noch was, woran können wir heute arbeiten? Wie sieht denn jetzt so euer Alltag aus? Also wie gesagt, ihr habt ja sehr zeitintensive Studiengänge euch auch ausgesucht. Euren Sport macht ihr sehr professionell. Wie ist die Zeit strukturiert? Wie sieht so eine Woche bei euch aus? In der Regel startet der Tag mit der ersten Trainingseinheit und genau, das ist dann, ja, also meistens ist es, jetzt kommt es wieder auf den Tag an, aber gehen wir mal von, nehmen wir jetzt einfach mal Tag X, der, genau, startet mit einem Lauf, den wir dann meistens, die Vormittagseinheit laufen wir meistens von zu Hause aus, das heißt zum Beispiel einen Dauerlauf und danach geht es dann, gehen wir unseren universitären oder beruflichen Verpflichtungen nach und genau, wir starten, machen dann am Nachmittag die zweite Trainingseinheit, die dann oft eben als Gruppentraining stattfindet und genau, gehen dann nach, fahren wir nach Hause, sind ganz hungrig und kochen dann gemeinsam. Darauf legen wir auch viel Wert, auf gemeinsames Kochen und gutes Essen und ja, das ist eigentlich so. Wohnt ihr immer noch zusammen? Ja, wir haben nach der Schule gesagt, oh Gott, nein, wir ziehen auf gar keinen Fall zusammen, das geht ja gar nicht, aber dann hat es doch zu viele Vorteile und die haben wir sehr, ja, schätzen gelernt in den letzten Jahren, weil wir genau auch diesen gemeinsamen Alltag haben und das hat auch, wenn wir Praktikum gemacht haben, dann hat das dazu geführt, dass wir wirklich früh aufstehen mussten, früh die ersten Laufanheiten gemacht haben, das war dann teilweise 5.30 Uhr, das ist halt, auch da haben wir uns dann nicht immer gefreut, yay, 5.30 Uhr, ich muss jetzt raus in die Kälte, in den Regen und meine erste Einheit machen. Genau, da haben wir dann auch wieder sehr davon profitiert, dass wir das gemeinsam machen können und jetzt vergesse ich den eigentlichen Punkt. Wie unser Alltag so aussieht. Ja, ich tue mich so ein bisschen schwer im Moment bei der Frage, weil die letzten zwei Jahre bei mir so unterschiedlich gewesen sind. Also die ganze Zeit, während ich auch normal in der Uni gewesen bin, war das schon eigentlich immer relativ analog, die Tage, also morgens trainiert, dann in der Uni irgendwelche Vorlesungen, mal war der Tag länger, mal ein bisschen kürzer, kennt jeder, der selber studiert, also je nachdem, ob halt Vorlesungen, Veranstaltungen stattfinden und bastelt sich das sozusagen dann zusammen. Ich habe aber dann jetzt mit meinen Anwesenheitspflichten vor im April letzten Jahres hatte ich mein zweites Staatsexamen, also große Prüfung und ab danach bin ich ins praktische Jahr eingetaucht. Das heißt, ich, Debbie, habe eigentlich dann schon gearbeitet, jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Und praktische Jahr ist ja sehr krass, ne? Also das ist so das, was ich so weiß von den Zeiten. Du bist ja... Kommt sehr darauf an. Ja, kommt sehr darauf an, in welchem Krankenhaus man ist. Ah, okay. Aber hat sie es auch, je nach Trainingsphase, hat sie das Krankenhaus auch so ein bisschen ausgewählt? Ja, also genau. Also man muss da schon sich auch das Team zusammen, also dass man, wenn man jemanden findet, der Verständnis für den Sport hat und dann, also ich sage schon, PJ ist Arbeiten light, weil man erstens einen Studientag pro Woche noch hat. Das heißt, man hat nur vier Tage in der Woche, die man arbeitet. Das ist aber natürlich schon dann Vollzeit arbeiten. Und je nachdem, wenn man an der Uniklinik ist, in dem Bereich, der mich sehr interessiert, das ist die innere Medizin. Da war ich vier Monate. Die war noch sehr intensiv. Die habe ich an der Uniklinik gemacht. Da wollte ich auch viel mitnehmen. Da bin ich dann auch mal ein bisschen länger geblieben. Chirurgie beispielsweise ist was, was ich jetzt nicht unbedingt machen möchte. Da war es so, ich will das sehen, was ich gesehen habe und das mitnehmen, was ich aus dem praktischen Jahr mitnehmen sollte, weil ich danach die Möglichkeit nicht mehr habe. Aber da habe ich jetzt keine Überstunde. Und da war es auch okay, wenn, je nachdem, wer Dienst hatte, wenn ich einen langen Dauerlauf morgens hatte, dass ich dann mal eine halbe Stunde später kommen konnte. Ansonsten war es wirklich in der Größenordnung, dass wir da um 5 Uhr, 5.30 Uhr morgens, jeden Morgen die erste Einheit gemacht haben. Also das war schon ein intensives Jahr. Das habe ich so durchgezogen. Da haben wir so durchgezogen. Rabea hat mich da immer begleitet, auch morgens bei den Einheiten. Jetzt in der Corona-Phase war es gar nicht so schlimm, weil man keine abendlichen Verpflichtungen hatte, die einen aus diesem Rhythmus rausgebracht hätten. Man muss halt einfach zeitig ins Bett gehen, dann geht es auch. Aber es war schon ein intensives Jahr. Und jetzt bin ich mit, seit Juni bin ich mit den Anwesenheiten im Krankenhaus durch und bereite mich jetzt auf die Prüfung, letzte abschließende Prüfung, November, Dezember vor. Und jetzt habe ich wieder einen ganz anderen Alltag, weil ich jetzt natürlich viel individueller wieder das... Freie Zeiteinteilung. Freie Zeiteinteilung kann, genau. Also jetzt laufe ich gerade nicht um 5 Uhr morgens. Die erste Einheit. Plus, ich komme jetzt aus einer Verletzungsphase in den letzten drei Monaten, habe also viel an Alternativtraining und Reha-Training gemacht. Was ist dir passiert? Ich habe Standardläuferprobleme, so eine Plantarfaszitis, also... Hey, high five, ich auch. Ich hatte es auch schon. Genau, Standardläuferprobleme, leider. Ja, unangenehme Sache. Und natürlich hat es sich länger gezogen, als ich wollte, dachte... Als du wolltest, ja. Gesagt bekommen habe. Und genau deswegen, ich habe jetzt auch die Phase der Wettkampffreiheit genutzt, um das hoffentlich gut auszukurieren, um an meiner ganzen Körperachse zu arbeiten. Ich trainiere ganz viel am Olympiastützpunkt. Jetzt im Reha-Sport. Und das ist für mich gerade eigentlich noch am ersten Alltagsvorgehen. Und das ist so anders, als es vor einem Jahr jetzt gewesen ist. Da habe ich immer um 5 Uhr meine Einheit. Bin ins Krankenhaus, habe gearbeitet, bin nach Hause, habe die zweite Einheit gemacht. Und jetzt ist es gerade, aufstehen zum Reha-Training fahren. Dann setze ich mich jetzt, hat meine Lernphase wieder angefangen. Dann setze ich mich irgendwie in die Bibliothek oder nach Hause lernen ein paar Stunden und mache dann die zweite Einheit sozusagen. Also ändert sich je nachdem, was gerade der Alltag sonst so bietet. Aber es ist sicherlich auszeichnend für uns, dass wir nicht die Typen sind, die nur 100% Sport machen. Das geht für ein Trainingslager. Ich habe das zum Beispiel auch sehr genutzt. Im Frühjahr habe ich das PJ pausiert gehabt und war das erste Mal wirklich länger in einem Trainingslager in Kenia und habe da mich auch mal voll auf den Sport konzentrieren können. Auch für dieses Trainingslager. Das war auch sehr, sehr gut. Ich glaube, das hat meine Leistung auch sehr gut getan. Aber wenn ich hier in Berlin bin, dann freue ich mich auch, wenn ich mich ein bisschen um das Medizinische, also um den anderen beruflichen Weg kümmern kann. Und das ist sicherlich was, was uns auszeichnet, diese duale Karriere. Und für die wir auch auf jeden Fall stehen. Wie kalt hat ihr euch denn dieses Jahr erwischt mit den abgesagten Wettkämpfen? Ja, am Anfang war vor allem die Unsicherheit, die uns zu schaffen gemacht hat. Also wir wollten im Frühjahr in Hamburg den Marathon laufen und hatten uns da auch ambitionierte Ziele gesetzt und gesagt, okay, wir wollen versuchen, die Olympianorm zu rennen. Und da war dann, genau, auch mit, dann ist, genau, sind nach und nach, wurde dann ein Wettkampf nach dem anderen abgesagt. Und dann war es so, okay, was ist jetzt mit den Olympischen Spielen? Wir sind jetzt in der Marathon-Vorberatung. Es ist wirklich zehrend. Und 35 Kilometer beschleunigt. Die sind wirklich anstrengend. Und die Motivation wäre wirklich, das wäre wirklich besser für die Motivation, wenn wir wüssten, ob das die Olympischen Spiele noch stattfinden. Wir haben sich ja richtig Zeit gelassen. Genau, die Entscheidung hat wirklich sehr lang gedauert. Und die Phase war schwierig, weil wir genau nicht so richtig wussten, wie gestalten wir unser Training und genau, worauf arbeiten wir eigentlich hin? Da war es dann schon fast keine Erlösung, aber so ein bisschen schon eine Erleichterung, als dann die Absage kam, weil dann wussten wir zumindest so ein bisschen, woran wir sind. Wir haben dann auch unsere Marathon-Vorbereitung abgebrochen und sind zu Gesundheitssport übergegangen, wie wir es nennen. Also wir haben dann eigentlich wirklich drei Wochen nach Gusto sind dann laufen gegangen, wann wir wollten und haben sozusagen dann eine Saisonpause eingeschoben, auch weil das für den Körper dann gesünder ist als eine Marathon-Vorbereitung. Ja, deswegen, das war dann da schon eine Schwierigkeit. Inzwischen sehen wir es als Chance. Dass zum Beispiel der Marathon oder dass die Olympischen Spiele verschoben wurden, weil uns das jetzt die Chance gibt, wenn dieses Jahr noch ein Marathon stattfindet, dass wir einen weiteren laufen können. Weil zum Beispiel unser Plan ist jetzt im Dezember in Valencia den Marathon zu laufen und dann gegebenenfalls im Frühjahr nochmal. Was bedeutet, wir haben im Grunde zweimal die Chance, die Zeit zu laufen, die wir gerne möchten. Und genau, wir sind ja, wir sind im Laufsport noch jung. Also es ist für uns eigentlich jetzt ein Bonus, dass die Spiele ein Jahr später stattfinden. Und genau, darauf arbeiten wir jetzt hin. Ein Nicken von links. Ein zustimmendes Nicken, genau. Ein zustimmendes Nicken, finde ich auch schön. Was wollt ihr denn noch erreichen? Also ihr sagtet gerade noch so Olympische Spiele, Marathon. Ja, genau. Also das wäre jetzt das Ziel für das nächste Jahr, dass wir bei internationalen Wettkämpfen dabei sind. So Ziele irgendwie jetzt zu sagen, ich werde Olympiasieger oder so. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so unser Stil. Eigentlich waren wir bisher auch immer am besten, wenn wir uns eigentlich gar nicht so auf Normen festgelegt haben, sondern tatsächlich einfach zu gucken, wie weit können wir kommen. Also das ist eigentlich das. Wir versuchen, das Training zu optimieren und gucken, wie weit wir damit kommen. Genau. Also dass wir die Leistungsgrenze jeden Tag so ein Stückchen hinaus schieben, zu gucken, was können wir verbessern. Wenn man sich jeden Tag irgendwas vornimmt, woran man arbeiten möchte, dann geht sich das am Ende eigentlich auch aus. Und dann zu gucken, wo man am Ende sich so ein bisschen kurzfristige und mittelfristigere Ziele setzt, damit man ein Ziel vor Augen hat. Das ist auch was, was wir in diesem Jahr gelernt haben. Das ist ganz witzig, weil eigentlich habe ich immer gedacht, ich laufe auch gerne und auch schnell und mache diese intensiven Trainings, einfach weil es mir auch Spaß macht. Aber das war in der Anfangsphase, wo wir gewusst haben, jetzt sind erstmal keine Wettkämpfe. Mal kurz gar nicht so. Also die ersten drei Wochen dann, wo wir Gesundheitssport, wie er es genannt hat, gemacht haben, da hatte ich auch gar kein Bedürfnis, Tempoläufe zu machen, sondern weil wir so locker im Wald laufen. Und daran habe ich gemerkt, dass wir doch Wettkampftypen sind. Also das Ziel, was man sich setzt... Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das so gar nicht wäre. Also dafür klingt eure Biografie nicht so. Genau. Aber halt eher für so mittel- und kurzfristige Ziele eigentlich. Also genau, die sind uns wichtig. Zum Beispiel steht jetzt als nächstes bei uns die Halbmarathon-Weltmeisterschaft an, für die wir nominiert sind. Die sollte eigentlich Ende März stattfinden und wurde jetzt auf Mitte Oktober verschoben. Und da ist nach aktuellem Stand, soll die auch in Form eines Elite-Rennens stattfinden. Und genau, das ist jetzt unser nächstes Ziel, worauf wir hintrainieren. Ja, wir freuen uns. Wir nehmen alles, was wir kriegen können dieses Jahr. Das muss ja jeder Läufer so machen. Es ist sicherlich ein schwieriges Jahr für alle Sportler, inklusive die Laufsportler. Weil man das mit dem Ziel setzen, ist halt alles ein bisschen schwammig. Es ist alles aktuell unter Vorbehalt. Und so ganz sicher wissen wir auch nicht, wie das nächstes Jahr weitergehen wird mit Marathon-Laufen und Co. Also lohnt es sich für die Veranstalterinnen auszurichten, wenn die Massenevents nicht stattfinden können. Ab wann ist das wieder möglich, wenn es möglich ist? Ist das im nächsten Frühjahr schon möglich? Ist es überhaupt realistisch, dass Olympische Spiele in diesem Rahmen stattfinden können? Also so schwammig, wie es aktuell ist, wir haben gelernt, damit umzugehen. Und es ist jetzt so, man muss das besser daraus machen. Es hilft ja nichts. Und wir haben uns eben auch als Ziel gesetzt, dass wir, wir wollen nichts überstürzen. Jetzt zum Beispiel aus Verletzungen, wie man das so oft macht, auf Torfülle kommen raus, direkt wieder zack, zack, fit werden. Sondern sich Zeit lassen und das in Ruhe aufzubauen. Und jetzt die Zeit, die wir bekommen haben, einfach auszunutzen, um das langfristig sozusagen vorzubereiten. Und dann das Optimum, einfach das Training so optimal zu gestalten, dass wir eigentlich jederzeit bereit sind, dann für die nächsten Ziele, die wir uns dann wieder festsetzen können, was auch immer uns da über den Weg kommen mag. Und wir hatten natürlich als Bonus jetzt auch im letzten Jahr doch, ja, dass wir uns fürs Laufen als Sportart entschieden haben, weil man konnte zu jeder Zeit laufen gehen. Und da wir ein Haushalt sind, konnten wir das auch immer gemeinsam machen. Das heißt, da konnten wir uns sozusagen noch glücklich schätzen im Vergleich zu vielen anderen Sportarten, weil wir eben immer im Grunde das Wesentliche, nämlich das Laufen, trainieren konnten. Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr auch wieder schnell Wettkämpfe laufen könnt. Wir alle schnell wieder Wettkämpfe laufen können, weil ich vermisse es auch. Auch wenn ich natürlich nicht so laufe wie ihr und auch nicht das Privileg habe, beim Elite-Rennen dabei zu sein. Die würden lachen, wenn ich mich mit meinen Zeiten bewerben würde. Da sage ich, ich möchte bei euch mit lachen. Nein, Aileen, du nicht. Deswegen, euch sind die Daumen gedrückt, dass es alles so läuft, dass ihr euch weiterhin so gut versteht in einem Haushalt und euch gegenseitig so supportet. Das finde ich total schön. Und vielen Dank für das sehr, sehr nette Gespräch mit euch beiden. Ja, ich denke, wir werden uns wahrscheinlich hier oder da noch über den Weg laufen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, am besten Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.